Wie geil ist das denn? So. 1-0. 2-1. 3-2. 4-3. Das ist mir schon zu gut. Ja! Ich hätte die letzten drei gegen Spanien nehmen sollen. Der war wichtig, der Auftakt. Ich habe gehofft, bei den Freiwürfen was gut zu machen. Rhythmus brechen. Ich muss auch zurückgreifen. Tut mir leid. Die 4 von 5 können sich schlecht anfühlen. Von wo jetzt? Oben Birne. Das ist meine schlechteste Position. Macht der 5 von 5, das kann ich nicht ernst nehmen. Er zählt mir Freiwürfe, du hast eine Chance. Oh, der ist flach. 3-1. Der war nix. 4-1. Stark. Sechs Treffer ist gut. Ja, aber ich hätte einen dritten Bräuch, um dich zu schlagen. Von hier bin ich kacke. Ja, schauen wir mal. Sechs Fünf für dich. Nein! Gibt es da ein Minus Eins oder so? Einen muss ich treffen. Nee, fünf Fünf. Du hast zwei getroffen. Ja, sechs Fünf steht es. Was habe ich? Sechs Fünf und du hast noch zwei. Drei hast du verworfen und zwei hast du noch. Und ich für sechs Fünf. Ah! Warum? Nein! Sechs Sechs. Sechs Sechs. Hier oder hinten? Ist egal. Aber das Ding ist noch nicht entschieden jetzt. Das ist das Wichtige. Glaubst du? Weißt du, was ich mir hier für einen Druck mache? Du darfst hier in dem Raum bis zur blauen Außen. Ich muss gerade abwägen, von wo. Einfach zwei reinzittern. Schade. Scheiße. Ich darf nicht lachen. Neun. Neun, ne? Neun Sechs. Neun Sechs. Nein! Neun, sieben. Noch drei. Neun, acht. Neun, neun. Der steht halt jedes Mal mit dem Fuß über der Linie. Hör auf jetzt! Neun, neun. Zehn, neun. Das ist ganz, ganz hohes Niveau. Legt mich doch am Arsch! Zehn, zehn. Oh! Was war das denn für ein Aussetzer? Aber bei Airballs führst du noch 2-1, keine Sorge. Die kann ich gut. So, jetzt wird's schwer. FC. Ja, der eine war wichtig. Druck. Der darf nur den ersten nicht machen. Dann kommt's hier rein. Der ist zu früh. Drei Stück. Batum hatte auch drei Freiwürfe. Zwei noch. Zwei noch. Nein! Nein! Mit 1, 12, 11. Danke, Mats. Komm, das war großes Kino. Ey, aber ohne Scheiß. Das ist richtig gut. Ah, bitter. Richtig gut. Ne, ich muss sagen... Das war richtig gut. 12, 11. Was hab ich gesagt? 13 hatte ich gegen Kette. 13. Also, 11 ist schon... Schade. Schade. Das war richtig gut.